moin hier ist heini und ich will euch jetzt noch mal was schickes zeigen zeigen im citycar driving und zwar hat jemand so einen schönen diesen mann bus außen um sie nachgebaut oder sieht doch richtig cool aus da haben wir das schöne ding da farbe kann man hier verschiedene sachen wählen wir nehmen mal das original dings bums aus um sie so 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 ja so ist es glaube ich ne ja dann wollen wir da mal los ich hoffe ich habe dass das hier so lange nicht mehr gespielt dass das auch gleich klappt will ich doch mal hoffen ohne kennzeichnung schild am fahrzeug geht hier nicht ist nicht schlimm aber ist cool gemacht er sieht euch mal wieder cool aus ist nicht schlimm ich bin mal gespannt wir fahren auch ganz normal da tageszeit und hier mal gucken wie das aussieht ich muss mal gucken dann haben wir mal kicken ich glaube wir haben die virtuelle startfahrzeugfahrt nehmen die fahrschul gelände sich jetzt erst gottes willen fahrschul gelände gibt es fahrschul der südviertel altstadt gibt es ja nicht ein update muss ich mal gucken landstraße aber im altstadt da passt ein bus rein können wir mal wieder die führerschein weitermachen habe ich auch wieder einschlafen lassen weil ich so viele spiele machen wollen aber das kriegen wir jetzt nicht mal am start machen und das dauert ja nicht ganz lange ich glaube lenkrad ist auch richtig eingestellt habe ich gerade mal geguckt weil mein neger hält mich zurück aber jetzt geht er los so dann müssen wir mal gucken jeweils ich weiß echt gibt es ja gar nicht ne sehr schön kameraeinsicht da das sieht aber toll aus oder das sieht cool aus da wollen wir sehen dass wir mal los kommen na so gut haben wir auch noch handbremse auch noch ja kommt so oft da geht automatik ist drin zwei sekunden so jetzt habe ich muss echt über ein video angucken video ob das ding noch mal ankriegen aber ich hab das schafft weil mein erstes video zeige ich ja genau wie man automatisch einschaltet und da ich ein paar monate nicht mehr gespielt habe ich so wie geht die kacke denn noch mal aber meine eigenen let's plays gucke ich an damit ich das lerne ich bin so geil durch so ok dann gehen wir noch mal im bus rein schön so und jetzt können wir noch mal hier genau gucken da haben die echt super gemacht sieht echt nett aus ob die türen aufgehen da will ich auch nicht ihr habt ja keine maus hier ne mit fünf geht ihr wieder da rein ich bin schon auf automatik und dann wollen wir mal gucken ah ja genau so war der dreht ja selbst um ne jetzt haben wir unseren omsi bus hier quer durch udus ich bin ja mal gespannt hätte erst was bin ich mal gespannt so dass wir jetzt mal gucken wie ich noch mal umgucken kann das hat er gar nicht mehr hier rotzdenk egal wir brettern mal so los wir werden es ja gleich sehen wenn es ball hat dann wissen wir da fahren wir hier mit schön einmal im bus 1000 um sie in den city car driving ist das geil und hähnchen gif du auch der brett aber cool ne der gif was ist er hat scheiße jetzt mal wie blinge ich wie kann ich nochmal schulter blick blinker geht alles was jetzt ist so schnell das geht nicht egal so da gehen wir rüber und dann wollen wir mal gucken am spruch des linken bin ich habe blickern gesetzt aber sowas von gesetzt hier liegen für die jungen bildschirm so kreisverkehr reinfahren dabei wohl kann man sich in der momk und das muss ich aber noch mal gucken verteilergetriebe so haben beschleunigung blickfeld kamera nach links schauen nach rechts schauen nach hinten schauen abrufen so dann wollen wir mal gucken ja aber sowas von jetzt geidert da will keiner fahren dann fahrt hier ist mir egal das war aber wo wir dann hin oder die scheiße kreisverkehr neu der rei gesehen das ist eine strecke haben den update gezogen kann das war ja das kann man drüber entgepült dieses spiel wenn der update gezogen hat da kann ich sein da läuft ja ich kenne ich habe ich mal gesehen hier wieder sich ausgeschmissen dazu hier bier aufwinterhof getrunken und scheiß die ganzen leuchten funktionen dass wir das nieder Ja Nein Workshop Hallo Die aula top top Ich bin ein Die du kannst mich gehen 올� Tschuldigung Da war eine lade χ Pö. Wir haben ja abdecken gemacht, war das immer schon so, wenn die Frauen hier hochflissen. Weiß ich gar nicht mehr. Stopp. Naja, die Bremsen gehen aber mal richtig gut, du. Ablämndlich wurde die eingeschaltet. Ja, egal, das ist keine Prüfung. Kommt keine Tata. Nein. Blink, 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 blink. Ich hab geblinkt. Ich hab's gesehen! Boah! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? So, wo fahren wir denn jetzt mit dem Wald oder was? Nein, wir fahren hier eben... Ja, ist gleich Wald hier, ne? Aber der fährt gut, da muss ich sagen. Also den Link dazu packe ich dazu rein. Danke Martin nochmal für diesen Link. Das hat mein Kumpel Martin ja mit den gegeben. Die ist cool, die ist echt cool. Gefällt mir. Wenn man hier mal so runterguckt, die einzelnen Knöpfe. Weiß ich jetzt nicht, ob man die bedienen kann. Ich hab auch nichts gesehen. Ich glaube auch nicht. Ist ja nicht Omsi, ne? Sondern die haben die echt gut drüber nachgemoddet. Das muss ich immer mal sagen, ne? Und fährt auch super. Also das ist hier kein Omsi-Simulator, sondern das ist der City Drive Simulator mit dem Omsi-Bus da drin nachgebaut, ne? Ja, jetzt hier mal reinlassen, ne? So, hallo, kommt oder ein? Wo wir schon mal im Bus fahren sind? Omsi kommt noch bei mir auf jeden Fall. Und da kommt ja auch noch, wenn dieser Simulator rauskommt von... Oh, hier Blinkern. Von Bus-Simulator oder irgendwie sowas. Also das schon... Von Eurotruck-Simulator. Die machen ja auch irgendwas. Da bin ich mal gespannt. Und außerdem habe ich einen Bus hochgeladen. Ein ETS-Video. Wo ich in Paris angekommen bin. Und die zweite Frau habe ich eingestellt. Ja, der bremst jetzt echt am Mann. Da so... Da fahre ich Langjog oder aus? Ich bin da nicht mehr rumgefahren. Da war die Stadt so groß. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, gell? M. Die Map? Ja. Die ist so groß, die Stadt. Cool. Kann ich mal wieder ein paar Videos machen. Welche Wünsche habt, meine Lieben? Haut da da rein. Und wenn ihr für mich einen Landzieher Delta findet, den neuen T. Den fahre ich nämlich. Den habe ich noch nicht gefunden. Könnt ihr mir den gerne geben, ne? So. Das macht aber auch Spaß, ne? Äh. Och, guck mal, wie läuft sie denn? Och, Omi. Das tut mir dem Herzen weh, ne? Und Socken an hast du hier auch noch. Hast du keinen Regulator? Das tut mir leid. Willst du mitfahren? Wenn ich's möchte, könnte ich, würde ich's überhaupt mit dem, junge Frau. Das tut mir leid. So. Ich glaub, die Gegend kenne ich hier, da lag ich da, was wir meinen X6 gegen die Wand oder so hab ich doch so einen hohen Satz gemacht. Würde dran erinnern. Wieiiiit. Klar, ich da. Der fährt gut. Muss ich sagen. Gefällt mir. Und ich muss die ganzen Prüfungen noch zu Ende machen. Da fang ich auch wieder so zwischendurch mit an, ne? Immer so ein bisschen von die alten Etwas. So. So. Boah. Okay, komm, der Ex-Blinken. Zack, zack, bumm, bumm. Aaaaaaah! Erschreibt mich. Ich hab doch gerade hingeguckt. Okay, ich bin ein bisschen weiter. Hm, Entschuldigung. So, jetzt hätte ich sie. Hä, jetzt sehe ich das denn so? Oh, toll. Ich fahr hier lange. Mir doch egal, du Affenarsch. Was verbretterst du? Du siehst mir doch, dass ich da so Artanien komme. Kannst du doch nicht so reinbrettern, ne? Wo bist du hinten drin? Dann kriegst du immer noch einer rein gleich. Du Lump. Scheiß. Und ich wollte so schnau, du vorne. Aber ich kann euch dieses Wort empfehlen. Habt ihr dieses Spiel? Dann könnt ihr den auch... So, hier ist wieder ein kreisiges Biggerd hingekommen. Genau. Habt ihr dieses Spiel? Dann könnt ihr diesen Link da halt klicken. Und da ist ein Mod-Installer bei, ne? Also diesen Mod-Installer könnt ihr nutzen. Oh, gehen wir mal wieder raus. Könnt ihr nutzen und das ganz einfach. Zack, zack, ist das installiert. Braucht ihr nicht mehr die Datei öffnen oder sowas, ne? Einfach anklicken und gleich Launch City. Dann startet er automatisch, ne? Und das ist drin. Oh, hier da hinten links ist die Kirche, ey. Mal raus, ein Kaken. Was für ein Kaken. Oh, wieso, die ist das hier? War das damals auch schon alles drin? Kann mich gar nicht mehr drin erinnern. Ihre Mafiosis! Was macht so schnell weg, die Waffen, die Waffen. Oh Gott, weg, 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 weg. Ah, du, 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 du. Arschlöche. Arschlöche. Ihr seid so böse, ihr seid so böse. So einen 3 und tschüss. Das hat keiner gesehen, ne? Oh, den hat auch keiner gesehen. Ah, hier sind noch Russki-Autonomien. Ach, du Scheiße. Das war knallhart. Aber ich wollte auch mal testen. Ihr seht immer noch, die Scheiben, die gehen nicht kaputt. Und das ist das Schöne da dran. Das ist Sicherheitsglas. Das ist wichtig für den Russ. Getestet, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Wenn ihr ab und zu mal eine Frau sehen wollt, wie hier. So, mal gucken. Hallo. Tudor ist aber echt niedlich, ey. Wie eine Fee. Über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mein Video liked, würde ich mich auch sehr freuen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, würde ich mich auch sehr freuen. Wenn ihr schreibt, Heidi, du bist lieb, würde ich mich auch sehr freuen. Auch das ist irgendwie schon weit gelaufen, du meine Herren. Und einen Link. Wer püpt hier? Und einen Link hau ich da mit rein. Zu diesen... Hoffentlich vergesse ich das wieder nicht. Ansonsten müsst ihr mich da einmal dran erinnern. Weil ich vergesse das meistens nochmal. Typ Pisch. Also, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Und das ist der MAN-Bus aus dem Onsi-Simulator. Bis dann. Tschüss. Ach, ne, 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 ne. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.